hallo und herzlich willkommen zurück hier in minecraft was werden wir denn heute als nächstes tun das werden wir uns jetzt mal überlegen also wir hatten ja überlegt wir machen das hier das war runenschilde das werden wir auch tun aber ich habe mir auch überlegt wir hatten jetzt ja diese spiegel erforscht da würde ich doch gern einmal ein auf jeden fall auch bauen dunkelheit brauchen wir und austausch dunkelheit und austausch da müssen wir doch gleich mal gucken dunkelheit was war denn dunkelheit warte haben wir schon mal austausch ok da als nächstes müssen wir trichter bauen kriegen wir hin dunkelheit pilze hätten wir den mal nicht weggeschmissen also wir brauchen pilze und wir müssen trichter bauen erstmal das hier rein tun vielleicht bauen wir das jetzt doch noch mal federn schmeiß ich gleich noch mal hier mit rein aber diese augen so hier feile jetzt mal als erstes mal pilze holen kannst du nach nachts schlafen ist das jetzt wieder Tag geworden ja es wird gerade Tag gut also Pilze sollten wir ja hier finden da haben wir genug davon Pilze haben wir holt ein paar mehr so 16 sollten ja auch schon ausreichen das brauchten wir noch Eisen haben wir auch dann haben wir eigentlich alles wieder raus ist das Sonnenlicht hier ach ne es war ja Luft wo waren jetzt die Federn wird wieder nirgends mehr sieht mir ja nichts aus naja wenn wir fair ein neues Glas anlegen und Dunkelheit ist drin sehr schön da haben wir wo Terra schon Terra haben wir da was anderes Grünes haben wir auch noch nicht das brennt vor sich hin da können wir in der Zeit ja schon mal ein paar Trichter bauen wie baute man noch Trichter andersrum glaube ich auch nicht ne ach ich jetzt weiß ich wieder man baute Trichter so nicht so so ne ok ok gucken wir nach wie man Trichter braucht vielleicht braucht man auch eine Truhe dafür noch ja man braucht noch eine Truhe dafür was wir brauchen Holz haben wir natürlich nicht warum sollten wir denn Holz haben das ist doch viel zu einfach da holen wir uns noch ein bisschen Holz holen wir uns noch ein bisschen Holz so so Das lassen wir auch noch mal drin, wir brauchen eh noch mehr davon. Zwölf, die Trichter wollen wir noch mal verbrennen, ich würde sagen, es reicht, wenn wir fünf Trichter erst mal verbrennen. Fünf, 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 fünf und fünf. Jetzt verbrennen wir die Trichter. Okay, und wenn wir Auftritt dazu verfallen. Deswegen brauchen wir noch einen vierten davon, eigentlich am besten. Aber da ist ja viel drin. Bleibt das da drinnen? Mehr oder weniger, ja. Metall. Aber da ist ja viel drin. Aber da ist ja viel drin. Ich hab das nicht gemacht. Talom... Maschinen... Es ist noch nicht viel drin von dem Zeug. Du hast einen Baktion, einen Baktion. Du kannst gerne einen Baktion. Du kannst dich auf den Baktion. Und dir musst du etwas machen. Leere hatte ich aber auch glaube ich noch gar nicht, naja, also ich glaube es wäre auch gut, doch noch mehr davon zu bauen, insgesamt sogar 5, ich weiß, da gucken wir gleich nochmal rein hier, warum wir auch erst kamen Steine für einen Tegel und einen Ofen, das kriegen wir aber hin, kamen Steine, einen Tegel und einen Ofen, das kriegen wir aber hin, kamen Steine, haben wir jetzt hier nochmal ein paar, haben wir jetzt mal wieder davon auch genug, so, das heißt Steine, das haben wir noch wieder, davon wieder genug, das hier so rum, einen sogar noch weg, jetzt brauchen wir noch einen Ofen, brauchen wir aber ein paar Rufsteine, ne, ein bisschen mehr Bruchsteine sogar, obwohl haben wir noch da oben, Bruchsteine müssten wir noch haben, Triegel natürlich, und jetzt brauchen wir noch Öl finden, ne, war das nicht so, war das andersrum, auch nicht, war das so rum, auch noch nicht ganz, guck mal nur noch mal rein, ach, das wird doch, ne, muss doch rein theoretisch, so sein, ach so ist der Tegel, haha, das sind ja noch Kessel, die muss ich erstmal zu Tegeln machen, jetzt, jetzt soll das auch funktionieren, jetzt geht das natürlich auch, wenn man Tegel hat, hat, und hier noch wieder einen Zauberstab, weil ich einen Mio, ich wäre auch gekommen, weil ich einen Mio immer bauen, so habe ich das Falsche, ah, hier, ich brauche doch nur Eisen, ne, gut, jetzt wieder raus, ah, ich will Mio werden auch mal irgendwann verkaufen können, tõ, 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 machen wir das auch, oh, jetzt auch noch, ganz viel Zeugs, überall Zeugs, und da haben wir hier wieder die rein, den hatten wir nur auch noch, und hier haben wir einen, das heisst die müssen wir aufbauen, es wird wieder noch ein bisschen Vorbereitungszeit hier, naja, das machen wir noch zu Ende, Goldbahn brauchen wir, also Goldbahn 2, Eimer und die da, wo brauchte ich die, die doch, na da, Superholzbrett. Gold, das heißt, wir brauchen mehr Gold, machen wir hier noch 2, machen wir hier auch noch Goldbahn 2, so, das soll jetzt mal wieder reichen, als nächstes. Jetzt brauchte ich noch Eimer, runter, Goldene Eimer brauchen wir nicht. Zwei von diesen Dingern, das ist ja jetzt aber, machen wir mal wieder 20 Minuten heute. Oh, das wollte ich auch nicht. So, den, den und oben auch noch einen. Oh, Leute, wo ist er jetzt, Eimer? Der ist jetzt weg. Wie kann er verschwinden? Jetzt ist er da. Beer. Gasaal. Tada! Nein! Veine Eimer. Oh ja alles! Oh ja. Oh ja. Maschinen. Maschinen, Maschinen, ah jetzt habe ich zwei Maschinen, Talum, hier ist auch noch eine Maschine, toll, was ist ein Tal hin, hier. Und die leere, hatte ich noch kein Glas. Maschinen, Talum, ist voll. Talum, bockos. Maschinen, aber Talum. Aber viel mehr davon. Viel mehr! Das heißt, ich werde erstmal bei der Vorbereitung entkommen. Ich werde auch mal einen Spiel bauen, weil wir auf jeden Fall ein bisschen mehr haben, als nur das, was man braucht. Ich brauche nämlich acht, dann werde ich auf jeden Fall Doppelte haben. Oder von den anderen beiden. Vielleicht wäre das nicht das Problem, kriegen wir hin. Dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen um da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.